Wir haben hier eine App, die kann man sich kostenlos runterladen, die gibt es auch für Android und iPad natürlich selbstverständlich. Dann können wir hier zum Beispiel auf die Inhalte aus dem GoFlex Satellite zugreifen und hier sehe ich, dass wir einige Videos drauf haben, Fotos oder Musikdateien, ich kann aber auch direkt gleich hier anschauen, welche Videos ich denn gerne auswählen will oder auch Fotos oder Musikdateien oder kann ich mir diese einzelnen Bilder anschauen und diese Bilder muss ich alle selbst nicht auf meinem iPad oder Tablet mitnehmen, Ich kann die Bilder alle vom GoFlex Satellite auf meinem iPad oder Tablet filmen, das gilt auch für Smartphones. Das Laufwerk kostet ungefähr 199 Euro im Handel und ist ab jetzt erhältlich. Also auch mit einem Smartphone kann man auf ein GoFlex Satellite zugreifen. Hier hätte man dann die Inhalte von einem GoFlex Satellite in Bezug auf Videos, die man dann auch einzeln abspielen könnte. Wie gesagt, ich kann mir aber auch Musik und Fotos anschauen. Wie gesagt, ich kann mir das ein bisschen gut, das kann ich mir jetzt anschauen. So ist er. Hier ist der Schuss mit der Köln. Hier ist der Köln. Ja. Hier ist der Köln. Ja. 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 Hier ist der Köln. 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 Vielen Dank.